Morgen für sehr wechselhaftes Wetter. In der Nacht hier unter Regen oder Schauer, am ehesten im Westen einzelne Gewitter. V.a. in Nordrhein-Westfalen regnet es mitunter kräftig. Am Tag etwas Sonne, dann wieder dichte Wolken, gebietsweise schauerartiger Regen. Einige Gewitter sind dabei, örtlich können sich Unwetter entwickeln. In der Nacht 19 Grad in Breisgau, 12 Grad in Oberfranken. Am Tag 19 Grad an der Nordsee und bis 30 Grad in der Lausitz. Am Dienstag v.a. in der Mitte und im Süden Regen, Schauer und einzelne Gewitter. Im Norden freundlicher, teilweise ist es windig. Am Mittwoch Sonne, Wolken, Schauer oder Gewitter. Am Donnerstag regnet es in der Nordhälfte ab und an. Richtung Süden scheint die Sonne zeitweise.